Freunde des gepflegten Fahrradfahrens, Willkommen zu diesem neuen Video. Ihr seht es bereits im Titel, heute soll es um den Sui-Sight noch entgehen. Ich habe nämlich schon mal so ein paar Ansätze gemacht vom Sui. Hier haben wir kurz eingeblendet und nochmal ausgeblendet. Und ich würde sagen, jetzt wird erstmal warm gefahren, denn wir wollen natürlich das Verletzungsrisiko auf ein Minimum beschränken. Und danach geht es auf jeden Fall an den Sui-Sight an. Spaß, jetzt wird erstmal gescheit warm gesprungen. Ich bin jetzt hier auf jeden Fall. Musik Franz LTV ist heute auch am Start, stimmt's? Ja, ich weiß nicht Hula jungen Musik 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 Untertitelung des ZDF, 2020 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 Untertitelung des ZDF, 2020